... und ganz speziell an seiner Seite, kein Tscheche, nein, ein Südafrikaner, nämlich Leo Williams. Nicht zum ersten Mal spielen die beiden zusammen, aber dazu sicherlich später noch etwas mehr. Täuscht manchmal auch, wenn da der Samt aufwirbelt. Ja, das war jetzt stark gespielt, entsprechend die Freude von Williams und Kufa. Kufa Williams! Spezialangriff, Kufa Williams. Hier noch einmal zu sehen, ganz kurz, ganz frech, da tendiert natürlich... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt auch nicht sehr fest verfolgt und natürlich klar, äh, wie in Afrika... Oh mein Gott! Eerdman swinging through, von ihm, Eerdman couldn't cope with it. 13-12. This South-African pairing just won't go away. Wenn er die Größe hat, dann kann man da als Boxspieler sicherlich mal mitreden. Der wäre vielleicht sogar im Ausgewesen, Williams holt sich den. Ja, dann gibt er alles und dann Williams am Block etwas höher als Strasse. Und ich kann nicht sehen, wenn der Williams hält, das da den Spiel auf, oder wirklich? Und ich kann ihn mal ausgesehen. Mach ihn zu Ende, mach ihn sich auf den Rund. Mach ihn zu Ende, mach ihn sich auf den Rund. Die 1st in ein Grand Slam, die sind 9. in der Open. Die 1st in der Rund. Die 1st in der Rund. Die 1st in der Rund. Die 1st hier in der Rund. Die 1st in der Rund. Die 1st in der Rund. Die 1st in der Rund. Man entschuldigt sich zwar bei den Gegnern und schlussendlich... Ist doch ziemlich egal. Ist doch ziemlich egal. Macht einen Anstandshalpe. Genau. Es hat zu viel Gewalt in diesem Ball. Sicher auch nicht optimal hinter den Ball gewesen. Somit fliegt er dann zu weit. Alle anderen kommen! Der Ferkel hat das Handgelenk. Da sieht man aber auch vorher im Ballwechsel die Blockqualitäten von Jonathan. Ich bin der Ferkel hat das Handgelenk. Ich bin der Ferkel hat das Handgelenk. Ich bin der Ferkel hat das Handgelenk. Amt ein Der Ferkel hat das Handgelenk. Ich bin der Ferkel hat das Handgelenk. Sie werden die Pfanne ich nicht mehr schreibe, Sie werden die Pfanne in der Branche lieben. Sie werden die Pfanne nachher ausgeworfen haben. Piano, piano, gibt es die Tape in der Hand und frei haben. Ey, Piano, Piano Asi zalali emakaya Yengayako Ay, Yemte Bini Kulapong tolakona Yemte Bini Kulapong tolakona Ay, Yemte Bini